Ich bin Leiter der SLR-Station, die man hier im Hintergrund sieht. Unser Bezug zu GRACE Follow-On wird sein, dass wir die beiden Satelliten, wenn sie sich in ihrer Umlaufbahn um die Erde dann befinden nach ihrem Start, mit unserem Laserteleskop anmessen. Das heißt, wir sammeln Entfernungsmessungen von unserer Station zu den Satelliten, indem wir kurze Laserpulse benutzen, die wir auf die Satelliten schießen, indem wir auf sie zielen und wenn wir die Spiegel treffen, die sogenannten Laserretroreflektoren, die die beiden Satelliten jeweils an Bord haben, kriegen wir einen Teil des Lichtes zurückreflektiert und dann können wir aus Abschlusszeit und Empfangszeit mit der Lichtgeschwindigkeit die Entfernung ausrechnen. Wenn man sich überlegt, dass man ein bestimmtes Einzelziel für einen Satelliten hat, dann wählt man sich eine passende Umlaufbahn dafür aus. Man kann sich verschiedene Szenarien vorstellen. Es kann zum Beispiel nötig sein, dass man die Erde kontinuierlich überwachen möchte, zum Beispiel um eben auf Naturkatastrophen zu reagieren. Da wäre eine polare Kreisbahn für einen Satelliten sehr gut geeignet, wie eben auch bei GraceFallon, weil man da eine komplette Abdeckung der Erde innerhalb von einem Tag erreicht. Bei uns in der Laserstation messen wir GraceFallon jedes Mal, wenn die beiden Satelliten bei uns vorbeikommen. Das ist wie gesagt aller zwölf Stunden. Und da wir nicht die einzige Laserstation sind, sondern es 40 weitere Stationen weltweit gibt, werden also alle Stationen versuchen, wenn das Wetter es gerade zulässt, die Satelliten anzumessen. Es gibt noch eine Empfangsstation, die vom Gfz betrieben wird, oben in Spitzbergen, in New Orlesund. Und das ist eine reine radiobasierte Empfangsstation. Und die wird speziell für GraceFallon auch für die Datenübertragung genutzt. Und der Vorteil für alle Satelliten auf einer polaren Bahn ist, dass sie bei jedem Umlauf an den Polen vorbeikommen. Satelliten sind wichtig für die Geowissenschaften, weil sie uns erlauben, einen Blick auf die Erde als Gesamtes zu erhalten. Also es ist der einzige Weg, um wirklich das System Erde aus einer größeren Perspektive, von weiter oben, von weiter weg, in einem Stück zu betrachten und dadurch die Erde zu beobachten, zu verstehen, zu modellieren und sich eben auch auf Entwicklungen oder auch auf Gefahren, zum Beispiel durch Naturkatastrophen, einzustellen. Ein Beispiel dafür ist halt der Anstieg des Meereswasserspiegels, der eben verschiedene Veränderungen in der Welt und auch in der Gesellschaft hervorrufen wird. Und wir beobachten das in den letzten Jahren aus Satellitendaten und können einen gewissen Trend beobachten oder vorhersagen mittlerweile auch und können dann überlegen, was wird passieren und wir reagieren wieder drauf.